Hallo. Schwarzwätschen ist im Elternhaus entwachsen. Um sie noch erwachsener zu machen, können wir sie auf Reisen schicken oder allein leben lassen. Was fändest du besser? Stimmt schon, genau das hatten wir uns auch gedacht. Ich mache mich auf eine abenteuerliche Reise um als gereifter Mensch zurückzukehren. Gibt es noch irgendetwas zu erledigen bevor Schwarzwätschen diese Reise antritt? Alle nennen mich nur Schwarzwätschen. Ich habe mich auf den Kopf. Es ist huge. Her voice ist huge. Mensch... ...and personality... Soll Schwarzwätschen ihren neuen Freunden am Reiseziel eine Nachricht von dir übermitteln? ... 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